hallo und damit willkommen zur ein info video also mir ist aufgefallen dass half stone dass euch das nicht so interessiert hier fünf aufrufe sechs aufrufe hier hibus charge 18 aufrufe hibus charge 9 aufrufe half stone 5 half stone 19 ja peck opening kein wunder habs und 6 ja das interessiert euch einfach nicht glaube ich darum ich habe auch gesagt dass ich zwei videos täglich mache aber ich mache nicht zwei videos täglich das hatte ich nur weil ich die app gefunden habe und richtig bock drauf hatte ich schreibe jetzt mal hin ein 0 bis 1 video weil ich mache doch nicht ich habe irgendwie kein bock jeden tag ein let's play zu machen manchmal habe ich lade ich ja nicht hoch zwei sind auch schon heftig weil ich mache jetzt einfach wenn ich bock habe ein video also jetzt nicht denken dass einmal pro woche video kommt schon mindestens zweimal mindestens innerhalb zwei tage ein video müsst ihr so denken also innerhalb zwei tage ist mindestens ein video hoch vielleicht auch mal eine woche wo ich jeden tag ein video hochlade vielleicht mal eine woche wo ich kein video klare oder so ja das wollte ich nur mal sagen und ich würde ich habe stone mache ich jetzt nicht mehr weil und wie man sieht das interessiert euch nicht so wie ich hier zum beispiel die buchste steck 80 sieg und niederlage 6 aufrufe danach half stone 10 arena ende beute fünf aufrufe danach hibus charge 18 aufrufe dann habson 11 habson 11 habson 5 ja das seit gestern das können wir mal kurz gucken schon 13 aus auf meine güte 13 aufrufe richtig gut aber hier behauptet ihr woche action rapide hier ist herzure ist hier woche postar 5 ivrik 24 aufrufe london und und interessiert sich eher nicht so ja ich würde er sich muss davon schon mehr machen abzon kommt nicht mehr so ihr könnt wer habson noch eine folge möchte soll immer in die kommentare schreiben ich möchte ein hafst und video dann mache ich eins aber wenn keiner schreibt dann mache ich auch keins und sonst mache ich immer irgendeins es wird eigentlich oft die bus charge weil ich das auch täglich suchte darum werde ich jetzt immer nur die bus charge videos machen und wenn ihr irgendwelche videos wollt wie ich kann es mal zeigen zum beispiel welche zum beispiel clash half stone herr franklich freihaft da kann man eigentlich nicht so viel let's play wenn ihr irgend eines von denen hier möchte oder irgendein anderes und nein nicht minecraft alles außer minecraft und irgendwelche anderen spiele halt so ne ja ihr wisst schon wenn ihr irgendeins wollt schreibt es in die kommentare dann werde ich's let's play für euch ist kein ding aber auch nicht ich sage auch jetzt keine uhrzeit wenn ich let's play macht zum beispiel jeden dienstag und donnerstag um 18 uhr nämlich ich weiß nicht wie lange die just dauern hier steht manchmal eine stunde manchmal steht da 23 keine ahnung gestern habe ich um zwei ein video hochgeladen das dauerte drei stunden und warum fünf uhr morgens fertig also kann ich das nicht einschätzen wann die videos fertig hochgeladen sind also keine uhrzeit wie schon in die videos video gesagt dass ich gerade hochlade ein weihnachtsspiel let's play darauf könnt ihr schon mal freuen bitte empfehlt mein channel weiter abonniert ihn das würde mich sehr freuen nämlich 14 abonnenten ist jetzt nicht so viel und ich habe auch für eine kurze zeit mal gedacht dass ich videos mache und keiner guckt sie aber man sieht hier ist ja schon ganz schön viele zuschauer ihr könnt die videos beim essen gucken und wenn ihr zum beispiel cornflakes ist oder pommes oder so mache ich auch immer wenn ich letzt wenn ich esse gucke ich let's play finde 14 abonnenten nicht grad viel weil look at the shit spaß weil ich habe hier noch einen anderen channel ja das profilbild und das banner ändere ich natürlich noch nein jetzt bin ich kurz drauf gekommen jetzt gucken wir mal wie viel online ich habe hau nicht einen mehr nein immer noch 240 da mache ich zum beispiel so eine videos alles was mit pyrotechnik zu tun hat gestern auch geladen 36 klick schon sehr nice ja da erzähle ich halt warum ich meine polenballer videos weggepackt habe heruntergeladen habe könnt ihr euch ich habe sie weggepackt weil ich keinen stress mit dem wollen möchte und so hier halt mini cam danger cam unboxing easy also mache ich 249 klicks als tutorials wie man batterien auseinander baut und so einkaufs silvester ein einkauf pyrulent unboxing halt mache ich alles noch ein tutorial testig artikel ja könnte mal vorbeischauen pyrix x bitte empfehlt und kommentiert meine videos also abonnieren und kommentieren kommentieren würde mich sehr freuen wenn ihr irgendwelche videos möchte einfach in die kommentare schreiben dann mache ich jetzt play und lade ihn hoch für euch wenn auch noch mal gewinnspiele kommen keine kanalvorstellung das kam mir sehr schlecht an es zwei meiner freunde mit gemacht einer und einer den ich nicht kannte also ja nicht viel eigentlich nur zwei personen ja das war es mit diesen langen informativ reichen video lasst doch mal eine bewertung da würde mich sehr freuen freut euch aufs weihnachtsspecial vor weihnachten kommt auch noch mal enken let's play vielleicht morgen vielleicht übermorgen bis zum nächsten mal bei meinen channel den ich auch umbenennen werde bis dann macht's gut haut rein ciao